Wetter mal 5 Volt. Okay? Und das löse ich jetzt nach Wetter auf. Okay? Wow! Hat mir das auf Video. Geil! Oh shit, ey. Wow. Okay, ich putze wieder Tafel. Also, geht weiter. Sehen Sie es so, das heißt mindestens, dass die Tafel mal endlich repariert wird. Das ist doch geil. So. Also, allen nochmal beruhigt. Ich noch nicht so ganz, aber geht schon. Nö, nö. Aber es ist schon, ja. Schreiben Sie, heute wäre unser Dozent fast gestorben, ey. Ja. Gott sei Dank war ich auf dem Klo vorher noch. Sonst hätte ich mir das in die Hose gemacht. Wahrscheinlich.